Jared Francisco Borg-Eti Echavaria ist ein ehemaliger mexikanischer Fußballspieler. Sein Spitzname lautet Zorro del Dessierto. Karriere Borg-Eti ist ein torgefährlicher Stürmer und gilt als einer der besten Kopfballspieler der Welt. Obwohl er bereits nach der WM 2002 viele Angebote aus Europa erhielt und den italienischen Pass beantragte, da er italienische Großeltern hat, blieb er in Mexiko. Borg-Eti spielte 2005 beim mexikanischen Klub in Pach-UKCF. Nach seinem starken Auftritt in Deutschland wurde er zunächst mit den Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Hertha BSC in Verbindung gebracht, wechselte aber schließlich nach England zu den Boltenwanderers. Nach einem kurzen Gastspiel beim saudischen Klub Aliti hat er 2007 zurück nach Mexiko und spielte für CRUZ Asul die Airpitcher 2007. Am 21. Dezember 2007 wechselte er zu CF Monterrey und spielte die Klausura 2008 für diese Mannschaft. Nach Stationen bei Deportivo Guadalajara und Puebla FC landete er zu Jahresbeginn 2010 bei Monarchas Morelia. Borg-Eti wurde in Europa vor allem durch seine Leistungen bei der WM 2002 bekannt. Er spielte 101 Mal für die mexikanische Nationalmannschaft und erzielte dabei 53 Tore. Beim Konföderationen-Pokal 2005 in Deutschland erzielte er drei Tore. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zählte Borg-Eti zu den Hoffnungsträgern Mexikos. Allerdings verhinderte eine Verletzung, dass er in der Gruppenphase zum Einsatz kam. Als er sein erstes WM-Spiel 2006 gegen Argentinien bestritt, machte er ein Eigentor zum 1 zu 1. Trotzdem war er aufgrund seiner Kopfballtore gefürchtet. Sein letztes Länderspiel machte er am 21. Juni 2008 beim 7 zu 0 gegen Belize, wobei ihm noch zwei Tore gelangen.